Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 11.19. Ja, wir waren in der letzten Folge hier auf der Festplatte, da wir stehen, hier das Feld zu ernten. Und, ja, dann machen wir jetzt weiter und wir haben in der letzten Folge Hühner gekauft. Und wir setzen bei uns auch nicht. So. Knappen jetzt einmal den hier, hängen das einmal ab. Dann mal den hier. Genau jetzt, wo ich aufnehme, bekomme ich Schluck auf. Also. Also. Ich bin großartig. Dann sammeln wir einmal weiter Stroh ein. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken, weil ich über Nacht Halsschmerzen bekommen habe. Ich muss mal kurz auf den Schluck trinken. Ich muss mal kurz auf den Schluck trinken. Ich muss mal kurz auf den Schluck trinken. Jetzt fahren wir einmal zur Scheune und verkaufen einmal Strom. Mhm. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.